Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Geek Talk Daily, heute am Dienstag, dem 13. Oktober 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 899, heute mit den folgenden Themen wie EPFL, WatchOS 702, Google Chrome, Nest Thermostat, Surface und Spotify. Ich beginne gleich mit der EPFL, das ist die neben ETH grösste technische Universität hier in der Schweiz. Ich glaube auch die einzige, auf jeden Fall schiesse mich total ab. Die Westschweizer Technische Hochschule hier in der Schweiz testet ein Nachfolgeprojekt von der Schweizerischen Post. Wir haben schon mal hier drin und auch im News-Folgen vom Geek Talk darüber gesprochen, dass die Post mit Robotern unterwegs ist und da auch die Pakete ausführt. Ein solcher ging ja auch knapp bis an unser Nachbardorf und habe ich leider nie in echt gesehen, konnte jeweils ein Paket aufs Mal transportieren. Jetzt testet man ein neues Gerät, ist ca. 1,80 Meter hoch, hat 15, also 3 Meter lang, hat 15 Sensoren integriert, 5 Kameras und hat einige Boxen, nämlich 11 an der Zahl und kann insgesamt 50 Stundenkilometer fahren. Somit transportiert das Gefährt schon mehr Pakete und Austragungen als aktuell das letzte Modell hatte. Finde ich spannend, finde ich interessant, bin ich vor allem neugierig, wie das dann auf der Strasse ankommt und was da der nächste Schritt ist. Wir gehen weiter zu WatchOS und das dürfte einige Apple Watch Nutzer freuen, mich unter anderem auch, obwohl ich glaube, bei mir liegt es eher an der alten Hardware. Mit WatchOS 7 0.2 bekommt ihr ein neues Update mit ein paar Bugfixes, die unter anderem Probleme mit der schneller leer gewordenen Batterie, also sprich dem Akku von der Watch, zu tun haben. Es gibt aber auch weitere Bugfixes, die mit dabei sind. Wenn es interessiert, lest es euch durch, ansonsten installiert es und habt Freude daran. Dann gibt es, und das ist aktuell nur ein Gerücht und das machen wir normalerweise nicht so hier, aber heute mal eine Ausnahme. Anscheinend soll bald Google, also ABC, oder Alphabet besser gesagt, gezwungen werden, Chrome plus einige Teile vom Werbegeschäft zu verkaufen. Anscheinend hat Google, was heisst anscheinend, Google hat mit 70% Marktanteil einen sehr dominanten, grossen Anteil im Browsermarkt. Der nächst grössere ist der Microsoft neue Edge-Browser, der 10% ausmacht, also weit, weit abgeschlagen. Und dann kommen erst die anderen wie Opera, Safari etc., Firefox und so weiter. Doch nicht nur da liegt die Chromium-Engine drunter, auch bei diversen anderen Geschichten, wie zum Beispiel im Browser Opera, Brave, Vivaldi, überall da ist der Chromium-Browser im Untergrund. Aber auch Steam, Spotify und der Epic Game Launcher basieren darauf und noch vieles mehr. Es dürfte gespannt werden, vor allem eben die Kombination zwischen dem Browser und eben dem Werbegeschäft. Ist Google schon länger ein Dorn in Auge oder umgekehrt? Verbraucherschützer und unter anderem auch mir ist das ein Dorn im Auge. Und eine der Möglichkeiten könnte eben sein, dass Sie das verkaufen müssen. Es könnte aber auch sein, dass Sie andere Teile des Unternehmens verkaufen oder zurückgeben müssen oder zurückverkaufen müssen. Das kann zurückgehen bis auf DoubleClick, was Sie damals aufgekauft haben, woraus Sie im Jahre 2007 dann das ganze Werbegeschäft aufgebaut haben. Weiter geht es mit Google und besser gesagt mit einer Tochterfirma, nämlich Nest. Nest, eigentlich haben Sie vor kurzem bei der Lounge Night schon neue Produkte vorgestellt. In Corona-Zeit geht das einfacher. Jetzt kommt das nächste hinten nach. Auch aus dem Hause Nest kommt der neue Thermostat für all diejenigen, die sich fragen, was das genau ist. Das ist ein Produkt, was es nie wirklich hier bis zu uns geschafft hat, aber das damals Nest geprägt hat. Das waren ja ehemalige Apple-Mitarbeiter, die da abgewandert sind und einen extrem steiligen Thermostat gebastelt haben. Auch der neue schaut ähnlich aus, immer noch die runde Form. Neu wird über Gestensteuerungen rundherum gemacht, soll aber auch die Google-Geschichte, dessen Namen mir jetzt gerade nicht einfällt, Intus haben, womit man über Sonar, also sprich über die Entfernung mit Gesten steuern kann. Das soll aber zumindest oder ist aktuell im Vorstellungsvideo noch nicht beworben worden. Projekt Soli nennt sich das Ganze und die Funktion ist über Radarsteuerung, Motion Sense nennt sich das. Jetzt habe ich es wieder gefunden. Der neue Thermostat kommt auch wieder nur, und zumindest aktuell, nur in den Staaten und in Kanada in Verkauf. Mal schauen, ob es dieser dann vielleicht doch auch bis zu uns schafft. Normalerweise hören wir immer von der Apple Watch solche Geschichten, dass eben das Gadget der Wahl dem einen oder anderen das Leben gerettet hat, dank EKG, dank Herzmessung etc. kann das Ganze natürlich immer mit einem Frühwarnungssystem vergebend sein. Nun hat Microsoft etwas Ähnliches, nämlich ein Surface Book-Kunde wurde gerettet und zwar von seinem Nachbar, der von der Wohnung unten nach oben geschossen hat und dann das Ventil, genau das Ventil, der Schuss landete schlussendlich in einem Surface Book und ist dann im Trackpad stecken geblieben. Schon noch heftig, wenn man bedenkt, dass eben Technik einem auch das Leben retten kann zwischendurch. Weiter geht es mit Spotify, der, ja, wie sagt man so schön, der Firma aus dem nördlichen Gefilden hier in Europa mit der extremen Doppelmoral, aber das sieht man ja auch bei Epic, ja, was haben die? Die haben einem Entwickler mit einem Zugang der SDK, Zugang Entzug gedroht, wenn er nicht, oder wenn er weiterhin auch neben Spotify andere Streaming-Dienste mit in seiner App mit verbaut. Also, ja, Wein trinken und Wasser predigen oder umgekehrt, Wasser predigen und Wein trinken, wie auch immer, ziemlich unschön, aber ja, mein Spotify oder euer Spotify besser gesagt. Das war es dann auch mit den Neuigkeiten, die ich heute für euch bereit hatte. In den Shownotes auf daily.geektalk.ca oder im Podcatcher eures Vertrauens habe ich euch noch verlinkt den neuesten Testbericht im Pogipsi.ca-Blog. Es ist der DJI Osmo Mobile 4, ein ausführlicher Testbericht des Gimbals in der vierten Version plus das zugehörige Video habe ich euch verlinkt. Und ganz neu gestern erschien das Unboxing, Auspack, Konfigurier und im Detailerklärungsvideo zu den Huawei Freeputs Pro, welche nächstens in den Verkauf kommen werden. Wer interessiert ist, sollte es sich anschauen. Alle anderen dürfen es natürlich auch sein lassen. In diesem Sinne, euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Euer Pogipsi. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.